herzlich willkommen zurück von der gepflegten lego unterhaltung im letzten teil haben wir uns mit dem fantastischen vier mit dem fantastischen tierwesen und wo sie zu finden sind beschäftigt bezüglich lego dimensions ein wie sagt man story pack ja steht also mit neuen levels und alles und jetzt fehlt uns noch der nüffler wo wir uns nicht ganz einig sind was das ist für ein tier maulwurf ähnlich hast du schon maulwurf ähnliche vogel ohne zu fliegen oder so die anleitung diesmal wieder auf dem pad weil lego so nett war ja die nicht da rein zu machen und ja jetzt gucken wir mal was das wird sieht auf jeden fall sehr kompliziert aus auf dem bild so asymmetrisch genau das ist so toll eine seite eine seite einsteigen manchmal überladen sie es ohne ende du weißt gar nicht mehr wo kommen jetzt welche steine hin und jetzt haben sie sich gedacht wir machen es was umdrehen weil das keinen sinn da gibt ja okay ja solange symmetrisch ist es sinnlos ja die füße sollen man drehen ach das sollen die füße sein ja aber ist das jetzt richtig rum? ne ist doch irgendwie peng es ist auch peng ja richtig das muss ich nicht verstehen wir arbeiten nicht bei lego wir wissen es nicht besser wir machen nur das was man uns sagt aber oh da kommen die genau drauf hast du dasselbe drunter dann mach du halt drunter kommen die nicht drauf dann mach du ich kann es ja wieder nicht doch du kannst du schon kannst du schon mal weitermachen was denn ach so ja weitermachen ja mach einfach weiter ich mach halt nur das was man mir sagt nur nach anweisung es kommt jetzt da drüber aber wie soll das denn gehen höchstens auf die rückseite auf die rückseite ja stimmt das steht ja auch da drehen jetzt wird es kompliziert siehst du wer lesen kann das klaren vorteil also wir müssen was jetzt so rum machen ja genau so rum ne andersrum so rum ja einmal drehbom der ampel nüffler kein wunder dass er durchdreht den pfiff richtig nüffler müssen seinen schmuck sammeln ja der will nur raus schmuck will er sammeln ja so ganz in der gegenseite wie so ein rabe heute ja beziehungsweise diebische elster ja genau ich finde diese platten so faszinierend was spiele ich denn heute das ist doch cool du nimmst einfach diese scheiben ohne die figuren drauf was spiele ich denn heute mischt alles zusammen auch schon wieder batman und dann kannst du dich selbst überraschen lassen was du spielst den namen mache ich das ist doch auch nicht schlecht ja aber ist die frage ob man das systeme erkennen was drauf ist ohne gewicht ja sicher das braucht auch kein gewicht das funktioniert wie nfc das braucht ja kein kontakt kann ohne luft zwischen sein das ist absolut machbar so wer geht hier scheiße gebaut ja warum sollte das system das nicht erkennen ein gewicht brauchst du da nicht ja warum sollte das system das nicht erkennen ein gewicht brauchst du da nicht hätte sollen können dass das hinterlegt ist ja so wie diese kartenzahlung bei einschlägigen supermärkten wo du noch handy gegen hältst das wird ähnlich wenn ich sogar dasselbe sein ich mache stark von aus und dann wir müssen nun ein update machen wir brauchen nun ein system update und dann wird erst das spiel abgedatet ich frage es ob ich so viel platz noch hab ich frage ob das überhaupt nötig ist das weiß ich nicht wir werden sehen wir werden sehen ist das schon der kopf das ist schon der kopf wahnsinn rät mich schon nichts weil ja da ist man den zugucken verdammt das ist ja ok eigentlich muss es ja ach da ohne auch oh gott oh gott oh komm mal bei so anderen der niffler ist special der kriegt mehr der krieg noch im boden Wir brauchen tatsächlich alle Steine. Hä? Da kommt doch... Ein schwarzer hin. Ein schwarzer, jo. Schon richtig. Wir brauchen mal alle Steine, wow. Ja. Kein Ersatz. Lego, was ist los? Zack. So, die Nase kommt so ein bisschen. Ja, jetzt kommt der mal hier so. Krass. Ja, am besten so. Fertig. Ja, wobei... Das... Da kannst du jetzt nichts für... Hm? Was denn jetzt? Ja, dann muss der Schwarze nach hinten. So, jetzt kannst du ihn nochmal runter. Ja, der Schwarzeblock kommt in dem Fall dann nach hinten, weil die Füße sind... Ach so. Das ist... Frag mich nicht warum, das ist halt so. Ist halt so, ja. Jetzt sind denen die bürchen Steine ausgegangen. Nüffler. Tata. Lassen wir ihn mal so stehen. Der hat optisch halt, ne? Ja, er wird auch seinen Zweck erfüllen. Auch im Spiel, nehme ich an. Natürlich. Schätze suchen, so wie du sagst, irgendwas finden. Denke auch, graben. In diesem Sinne, bis zum nächsten Teil. Tschüssi. 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 Tschüssi.